Hey, was in den Schießerei? Erstmal machen wir euch kalt, danke. Und als nächstes kümmer ich mich um euch. Oh, darum stehen noch zwei. Drei. Wisst ihr eigentlich, dass sie nervt? Danke. Warum steht aber noch einer, das weiß ich. Es steht da um keiner mehr. Soviel ich weiß, kommen da gleich noch mal ein paar raus. Ne, sie kommen von unten. Und von unten, hey. Wenn ich das schon weiß, warum werfe ich da nicht eine Granate? Bitte. Okay. Ich sitze in einer gefährlichen Lage, stelle ich grad fest. Ah, nicht mehr. So. Das haben wir jetzt auch hinter uns. Aber, ich würde mal spontan sagen. Die Zeit ist um, oder? Ach ne, ist alles noch in Ordnung. Ne, ne, schon gut. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts dazu. Ich hab keine Angst, das gibt es zu verletzten. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts Geld, komm! Ich hab nichts gefunden. Ich hab nichts gesagt, bin ich gingen. Ich hab nichts lieber zurück, ich hab nichts gehört. Wenn ich hier ein impresionale. Es fällt jetzt viel, aber ein wenig میufig. Ich hab nichts gingen. Ich hab nichts gerollt. Oh, schön. Wirklich, wirklich schön. So, dann wollen wir mal. Verdammt. Um, wirklich, wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. So, wirklich, wirklich gut. So, wirklich, wirklich gut. So, das hat sie auch... sterb so gut dass das jetzt geklärt ist schön weiter runter danke hätten wie es vorfahren können naja egal wir haben noch 73 lebenspunkte das ist doch perfekt um durch dieses level zu kommen nennen und wir fahren weiter ich das level 5 tor ich glaube der wirft aber nur kommt mal nur kommt ausgerechnet was sind nicht noch alles hier konnte man sich hochkatapultieren auf die level begrenzung also wenn man es richtig machte ich weiß nur nicht mehr ob es noch oder war schon wo ging das nächste war noch nicht da auch der kann aber gut ziehen und es geht weiter mit den other witcher erst die richtung nicht so die andere richtung wie hoi hoi hallo schießt deine bomben ab schon mal wind dass ich deine bomben hasse ach du schreck ach du schreck wo schießt du die denn heute hin rein theoretisch müsste das klappen hey sagt es müsste klappen verdammt naja wir haben noch abdemspunktes rechnen das reicht locker achtung bomben noch mehr bomben ganz viele bomben müssen hier oben rüber so und der will uns hier abschießen glaube ich so dann die zeit ist auch schon wieder fast um sollten wir einfach probieren schnellstmöglich zu dem tunnel zu kommen ja naja fast bin das so ich glaube nicht wenn wir nochmal oben rein so und im normal Fall klappt das immer beim ersten mal aber okay weiter anscheinend nicht so ah so und rein geht doch dann könnten wir rein theoretisch genau hier jetzt aufhören was wir natürlich auch machen werden daher sage ich jetzt einfach bis morgen Leute bei Half-Life 2 bye